In meiner Erzählung reist Menschen über den Wolken entlang des Horizontes, über majestätische blaue Ozeane, in ihre geheimnisvollen lebendigen Tiefen, erkundeten unbekannte mysteriöse Orte, wanderten zum Mittelpunkt der Erde, ließen sich zu scheinbar unmöglichen Aufgaben hinreißen und sahen technisch Unglaubliches. Doch ohne mein eigenes Abenteuer, meine eigene ungeplante Reise, meine eigenen unglaublichen Erfahrungen, wären diese Geschichten niemals entstanden. Es begann 1863 im schönen französischen Nantes. Auf der Suche nach einer Geschichte führte mich das Schicksal zum Hafen, wo geheimnisvolle schwarze Schiffe ankerten. Auf eines wurde ich von Indern ohne den Grund zu kennen verschleppt. Woher sollte ich wissen, dass mich dies letztlich ins Land unter dem Sternbild führte? Von dieser fantastischen Reise möchte ich berichten. Mein Name ist Juvan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie weit ist er. Das ist eine grappense information. Wie weit ist er? Seit überに Depet tel fühlen.